Sie sind jetzt in Sobibor. Das ist in Ostpolen. Das hier ist ein Arbeitslager und Sie sind hier, um zu arbeiten. Sie werden hart arbeiten, aber harte Arbeit ist gut für die Seele. Also sind wir in Wahrheit Ihre Wohltäter. Feuer! Ich hab die Duschräume gesehen. Da sind gar keine Duschen drin. Denn alle Menschen, die da reingehen, sind hinterher tot. Ich hab die Leichen gesehen. Sie waren mein Leben. Wir müssen hier raus. Wir müssen hier raus. Leutnant, ich bin Leon Feldhändler. Alexander Petscherski. Das ist Samuel Freiberg. Freut mich, Leutnant Petscherski. Es gibt keine Flucht aus Sobibor. Da ist nur der Tod für die, die verrückt genug sind, es zu versuchen. Ich kann euch nur empfehlen, das nie zu vergessen. Wir arbeiten für sie und wir werden viel leicht überleben. Und wir überleben nur für ein Ziel. Rache. Das Problem ist, wir sind keine Soldaten. Wir können nicht einfach Hunderte zurücklassen zum Abschlachten. Und das würde geschehen. Deshalb brauchen wir einen Fluchtplan für alle Gefangenen in Sobibor. Wir müssten einzeln an sie herankommen und einen nach dem anderen töten. Innerhalb einer Stunde kannst du in deiner Werkstatt Messer machen. So wie das? Vorsicht! Ja, genau wie das. Wie viele? Diejenigen unter uns, die überleben, werden berichten! Lasst die Welt wissen, was hier mit uns passiert ist! Hinaus in die Freiheit! Los!